Ich habe eine Massagepraxis und biete meinen Klienten und allen anderen Menschen ein Körperspray an, was feinstoffliche Frequenzen beinhaltet, also 3000 verschiedene Stoffe oder Pflanzenstoffe. Und das wird auf ganz hohen Frequenzen auf den Körper gesprüht und geht direkt in die Zelle, in die DNA und regeneriert die Zelle, die DNA und die Telomere. Telomere ist das, was an der DNA dran ist und unseren Alterungsprozess eigentlich fortführt und der wird aufgehalten bzw. zurückentwickelt. Noch als letztes, die Zelle erinnert sich an ihre Ursprünglichkeit. Das ist es eigentlich auf den Punkt gebracht, weil dieses Spray uns, wenn wir uns gut fühlen, eine gute, noch bessere Energie geben. Wir kommen gut durch den Tag, haben wir Beschwerden, sprühen wir auf diese Körperstellen oder ja, wir sprühen auf diese Körperstellen und können uns sofort besser fühlen. Wir merken sofort eine Veränderung. Und dadurch, dass wir das auch über die Wirbelsäule machen, fängt der Körper sofort an, im ganzen Körper sich zu verändern. Wir bestehen aus 70 Prozent Wasser und dieses Spray geht für 70 Prozent auf die Stelle, wo sie es sprühen und 30 Prozent in den ganzen Körper. Und das ist ein ganzes, 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 ganzes.